Hier ist in meinem Excalibur eine One-Betroom-Suite, sehen Sie hier. Tolles Zimmer. Ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber ich sag halt, für das Preis-Leistungs-Verhältnis passt das hier. Ist toll, mit Blick aufs Luxor-Rotel. Das Mandalay-Bail ist hier, direkt hier nebendran. Und es ist nicht weit vom Flughafen, der ist nämlich direkt gegenüber. Man hat halt auch ein bisschen Fluglärm. Das ist das Einzige, was hier fehlt. Aber dafür eine riesengroße Badewanne. Da könnte man mit drei Personen da rein. Die ist riesig groß. Begebbare Dusche, Toilette. Hier draußen haben wir noch eine. Und ein super schönes Bad. Und ich bin der Hubert. Ich wünsche euch viel Spaß mit mir in Las Vegas. Ich zeige euch verschiedene Hotels. Und hoffe, ihr habt Spaß dran. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich gerne anrufen. 097 32 26 00. Ich beantworte eure Fragen. Und ihr könnt auch die Zimmer bei mir buchen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.